winkte ihn die enthusiastische Menge. Toni beim Interview, Toni daheim, Toni lächelnd und lebendig. Hollis hatte intensiv hingeschaut. Jetzt wandte er sich ab, damit man auf dem Monitor sein Gesicht nicht sehen konnte. Er schien von einem tiefen Kummer überwältigt. Neben mir saß Schwester Georgia Rosen und beobachtete die Instrumente, die seine Körperfunktionen kontrollierten. Da kam Crosby McCullen herein. Schwester, wer hat Mr. Todd den Fernsehapparat gegeben? Mr. Todd wollte einen und Dr. Geiger hat es erlaubt, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber das ist doch vollkommen... Oh, bitte! Die Instrumente! Das EKG! Hallo? Geben Sie sofort Alarm für das Herz-Team. Dr. Hartwell, bitte kommen. Nummer 120. Was bedeutet das? Das Codewort für Alarm in der Herzstation. Die Ärzte werden gleich kommen. Dr. Hartwell, dringendst kommen. Nummer 120. Um Himmels Willen tun Sie doch was! Was ist mit Mr. Todd? Ich bin nicht befugt. Bitte gehen Sie hinaus. Sie dürfen hier nicht bleiben. Um Gottes Willen, Schwester, was? Kümmern Sie sich um Mrs. Vallier. Ich muss rüber zum Patienten. Aber ich kann mich nicht nur finden. Bis dahin.